11. Die beschützende Anwendung von Macht Wenn die Anwendung von Macht unumgänglich ist. Wenn von zwei streitenden Parteien jede die Gelegenheit hatte, vollständig auszudrücken, was sie beobachtet, fühlt, braucht und erbittet und jede der anderen Seite Empathie gegeben hat, dann kann normalerweise eine Lösung gefunden werden, die die Bedürfnisse beider Seiten erfüllt. Zumindest können beide im gegenseitigen Einvernehmen zustimmen, dass sie sich nicht einigen können. Doch in manchen Fällen ist ein solcher Dialog nicht möglich. Dann kann sich die Ausübung von Macht als notwendig erweisen, um Leben zu schützen oder auch für die Rechte Einzelner einzutreten. Es kann zum Beispiel vorkommen, dass eine Seite nicht bereit ist, zu kommunizieren oder dass wegen einer drohenden Gefahr für ein Gespräch keine Zeit mehr ist. In solchen Situationen kann es sinnvoll sein, Macht auszuüben. Wenn wir diese Wahl getroffen haben, legt uns die GfK nahe, zwischen beschützender und bestrafender Anwendung von Macht zu unterscheiden. Die beschützende Anwendung von Macht hat zum Ziel, Verletzungen oder Ungerechtigkeit zu verhindern. Die Absicht der bestrafenden Machtausübung ist es, Menschen für ihre scheinbaren Missetaten leiden zu lassen. Wenn wir ein Kind, das gerade auf die Straße rennt, zurückhalten, weil wir es vor Verletzungen schützen wollen, wenden wir beschützende Macht an. Zur bestrafenden Machtausübung hingegen gehört oft ein körperlicher oder seelischer Angriff, wie zum Beispiel dem Kind eine Tracht Prügel zu geben oder es zu tadeln. Wie konntest du nur so dumm sein? Du solltest dich schämen. Wenn wir Macht als Schutz einsetzen, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf das Leben oder die Rechte, die wir schützen wollen, ohne über eine Person oder ihr Verhalten ein Urteil abzugeben. Weder beschuldigen noch verurteilen wir das Kind, das auf die Straße läuft. Unsere Gedanken richten sich einzig und allein auf den Schutz des Kindes vor Gefahr. Wie diese Art der Macht in sozialen und politischen Konflikten ausgeübt werden kann, lesen Sie in Robert Irvins Buch Non-Violent Social Defense. Die beschützende Machtanwendung geht davon aus, dass Leute aus Unwissenheit selbstverletzend handeln können. Das korrigierende Eingreifen hat daher einen bildenden Charakter und keinen bestrafenden. Zu dieser Unwissenheit gehören a. ein Mangel an Bewusstheit über die Konsequenzen unserer Handlungen, b. Unwissen darüber, wie wir unsere Bedürfnisse zufriedenstellen, ohne andere dabei zu verletzen. c. Der Glaube, wir hätten das Recht, andere zu bestrafen oder ihnen wehzutun, weil sie es verdienen und d. Wahnvorstellungen wie zum Beispiel eine Stimme hören, die uns befiehlt, jemanden umzubringen. Strafaktionen basieren dagegen auf dem Gedankenmuster, dass Menschen Straftaten begehen, weil sie schlecht oder böse sind, und um das zu ändern, muss man sie zur Reue bewegen. Ihre Besserung wird durch Strafaktionen angestrebt, mittels derer man sie erst so lange leiden lässt, bis sie die Verfehlung ihres Tuns erkennen, damit sie daraufhin bereuen und sich verändern. In der Praxis jedoch führt eine Strafaktion mit großer Wahrscheinlichkeit zur Abwehr und Feindseligkeit und zu einer Verstärkung des Widerstands gerade gegen das Verhalten, das wir als wünschenswert ansehen. Verschiedene Arten bestrafender Macht Körperliche Bestrafung wie Schlagen ist eine der Möglichkeiten strafender Machtausübung. Ich habe festgestellt, dass das Thema körperliche Züchtigung starke Gefühle bei Eltern hervorruft. Manche verteidigen diese Praxis hartnäckig und berufen sich dabei auch auf die Bibel. Sparst du an der Peitsche, verdirbst du das Kind. Weil Eltern ihren Kindern nicht mehr den Hintern versohlen, ufert die Kriminalität völlig aus. Diese Eltern sind überzeugt, dass eine Tracht Prügel ihre Liebe zu den Kindern demonstriert, weil sie ihnen damit klare Grenzen setzen. Andere Eltern wiederum bestehen darauf, dass Schlagen lieblos und unwirksam ist, weil es die Kinder lehrt, dass sie immer auf körperliche Gewalt zurückgreifen können, wenn etwas anderes nicht funktioniert. Ich persönlich habe Bedenken, dass die Angst der Kinder vor körperlicher Strafe sie nicht erkennen lässt, das Mitgefühl den Anweisungen der Eltern zugrunde liegt. Ich höre oft von Eltern, dass sie bestrafende Macht einsetzen müssen, weil sie keine andere Möglichkeit sehen, ihre Kinder dazu zu bringen, das zu tun, was gut ist für sie. Sie nähren ihre Meinung mit Geschichten von Kindern, die ihren Dank ausdrückten, weil sie sich nach einer Bestrafung wie neu geboren fühlten. Da ich selbst vier Kinder großgezogen habe, habe ich tiefes Verständnis für die täglichen Herausforderungen, denen sich die Eltern stellen müssen, wenn sie ihre Kinder erziehen und dafür sorgen wollen, dass ihnen nichts passiert. Das mindert jedoch nicht meine Bedenken bezüglich körperlicher Strafen. Zum einen frage ich mich, ob sich die Leute, die den Erfolg solcher Strafen verkünden, über die unzähligen Situationen im Klaren sind, in denen sich Kinder genau gegen das wenden, was vielleicht gut für sie ist, einfach weil sie die Wahl getroffen haben, zu kämpfen, statt sich dem Zwang zu beugen. Zum anderen bedeutet die Tatsache, dass man mit Schlägen ein Kind beeinflussen kann, nicht, dass nicht andere Methoden der Einflussnahme genauso gut funktionieren. Außerdem teile ich die Sorgen vieler Eltern, was die sozialen Konsequenzen körperlicher Bestrafung angeht. Wenn Eltern dafür eintreten, strafende Macht anzuwenden, gewinnen sie vielleicht den Kampf darum, dass die Kinder tun, was ihre Eltern wollen. Aber wird dann nicht eine soziale Norm gepflegt und weitergegeben, die Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung rechtfertigt? Zusätzlich zur körperlichen Strafe gibt es auch noch andere Formen von Machtausübung, die ebenfalls strafend sind, wie zum Beispiel einen anderen Menschen abzuwerten, indem man ihm Vorwürfe macht. Eltern können ihr Kind als falsch oder selbstsüchtig oder unreif abstempeln, wenn es sich nicht in einer bestimmten Weise verhält. Eine andere Art strafender Macht ist das Einschränken von Vergünstigungen, wie zum Beispiel die Kürzung des Taschengeldes oder das Autofahren weniger zu erlauben. Bei dieser Art der Bestrafung stellt die Schmälerung von Zuwendung und Respekt eine der wirkungsvollsten Bedrohungen überhaupt dar. Strafen haben ihren Preis. Wenn wir uns darauf einlassen, etwas nur zu tun, um einer Strafe zu entgehen, wird unsere Aufmerksamkeit vom Sinn der Handlung selbst abgelenkt. Stattdessen konzentrieren wir uns auf die möglichen Konsequenzen, die eintreten können, wenn wir diese Handlung verweigern. Wenn man einen Arbeiter mit der Angst vor Strafe motiviert, dann wird zwar die Arbeit gemacht, aber die innere Kraft leidet und so wird früher oder später die Produktivität nachlassen. Auch das Selbstgefühl leidet, wenn Strafe droht. Wenn Kinder ihre Zähne deshalb putzen, weil sie Angst davor haben, beschuldigt und lächerlich gemacht zu werden, dann verbessert sich vielleicht ihre Zahngesundheit, aber ihr Selbstvertrauen bekommt immer mehr Löcher. Darüber hinaus kostet Bestrafung, wie wir alle wissen, sehr viel Wohlwollen. Je mehr wir als Agenten einer Strafinstanz angesehen werden, desto schwerer wird es für die anderen, einfühlsam auf unsere Bedürfnisse zu reagieren. Ich besuchte einmal einen Freund, einen Schulleiter in seinem Büro. Durch das Fenster sah er gerade, wie ein großes Kind auf ein kleineres einschlug. Entschuldige, sagte er, als er aufsprang und zum Spielplatz lief. Er packte das größere Kind, gab ihm eine Ohrfeige und schimpfte, ich werde dich lehren, dass man die Kleineren nicht schlägt. Als er wieder zurückkam, sagte ich beiläufig, ich glaube nicht, dass du dem Kind das beigebracht hast, was du wolltest. Ich habe den Verdacht, dass es stattdessen gelernt hat, nicht die Kleineren zu schlagen, wenn jemand, der stärker ist, wie zum Beispiel der Direktor, zuschaut. Außerdem hast du vielleicht noch seine Meinung bekräftigt, dass man andere schlagen muss, wenn man etwas von ihnen will. In solchen Situationen empfehle ich, zuerst dem Kind Empathie zu geben, das sich gewalttätig verhalten hat. Wenn ich zum Beispiel ein Kind sehe, das jemanden schlägt, nachdem es beschimpft worden ist, kann ich mich folgendermaßen einfühlen. Ich habe den Eindruck, dass du dich ärgerst, weil du gerne mit mehr Respekt behandelt werden möchtest. Wenn meine Vermutung richtig war und das Kind mir das bestätigt, dann würde ich meine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und Bitten in dieser Situation zum Ausdruck bringen, jedoch ohne ihm Vorwürfe unterzujubeln. Ich bin traurig, weil ich gerne hätte, dass wir Wege finden, Respekt zu bekommen, ohne aus anderen Leuten Feinde zu machen. Sag mir doch bitte, ob du gemeinsam mit mir andere Möglichkeiten herausfinden magst, wie du den Respekt bekommen kannst, den du haben möchtest. Zwei Fragen, die deutlich machen, Strafen haben ihre Grenzen. Zwei Fragen helfen uns zu verstehen, warum es so unwahrscheinlich ist, dass wir das bekommen, was wir brauchen, wenn wir mit Strafen das Verhalten anderer Menschen verändern wollen. Die erste Frage lautet, was hätte ich gerne, was diese Person tut, im Gegensatz zu dem, was sie im Augenblick gerade macht? Wenn wir nur diese erste Frage stellen, dann kommt uns Strafe vielleicht wirkungsvoll vor, weil die Androhung oder Ausübung von Strafen der Macht das Verhalten eines Menschen sehr wohl beeinflussen kann. Mit der zweiten Frage wird jedoch deutlich, dass Bestrafung nicht funktionieren wird. Aus welchen Gründen hätte ich gern, dass die Person das macht, worum ich sie bitte? Wir stellen uns selten die zweite Frage, aber wenn wir es tun, dann merken wir schnell, dass sich Strafe und Belohnung der Fähigkeit unserer Gesprächspartner in den Weg stellen, Dinge aus den Gründen zu tun, die uns wichtig sind. Es ist entscheidend, sich der Wichtigkeit der Beweggründe bewusst zu sein, weshalb jemand das tut, worum wir ihn oder sie gebeten haben. Wenn wir zum Beispiel gerne möchten, dass die Kinder in ihrem Zimmer aufräumen, weil sie entweder den Wunsch nach Ordnung haben oder zur Freude ihrer Eltern über die Ordnung beitragen wollen, dann liegt es auf der Hand, dass Vorwürfe und Strafen keine effektiven Strategien dafür sind. Oft räumen Kinder ihr Zimmer auf, weil sie sich der Autorität beugen, weil sie Angst vor Strafe haben oder Angst davor, dass sich ihre Eltern aufregen und sie abgelehnt werden. Die GfK fördert dagegen eine Dimension der ethischen Entwicklung, die auf Autonomie und gegenseitige Rücksichtnahme basiert, in der wir die Verantwortung für unsere eigenen Handlungen übernehmen und in der uns bewusst ist, dass unser eigenes Wohlergehen und das Wohlergehen andere Menschen ein und dasselbe sind. Die beschützende Ausübung von Macht in Schulen Ich möchte gerne davon erzählen, wie ich mit einigen Schülern die beschützende Machtausübung eingesetzt habe, um Ordnung in eine chaotische Situation an einer alternativen Schule zu bringen. Diese Schule war für Schüler da, die die Schule abgebrochen hatten oder vom regulären Unterricht ausgeschlossen worden waren. Die Schulverwaltung und ich hofften, demonstrieren zu können, dass es einer Schule auf der Basis der GfK möglich ist, solche Schüler zu erreichen. Meine Arbeit bestand darin, die Lehrer in GfK zu trainieren und ihnen ein Jahr lang als Berater zur Seite zu stehen. Es standen mir nur vier Tage zur Verfügung, um das Kollegium vorzubereiten. Diese Zeit war für mich zu kurz, um den Unterschied zwischen GfK und Laissez-faire ausreichend zu klären. Das Ergebnis war, dass einige Lehrer Konfliktsituationen oder störendes Verhalten einfach ignorierten, anstatt einzugreifen. Bedrängt von wachsendem Chaos stand die Verwaltung kurz davor, die Schule zu schließen. Als ich darum bat, mit den Schülern zu sprechen, die am meisten zu dem Durcheinander beigetragen hatten, wählte der Direktor acht Jungen zwischen elf und vierzehn Jahren aus, die sich mit mir zusammensetzen sollten. Es folgen Ausschnitte der Gespräche, die ich mit den Schülern führte. Ich bin sehr irritiert über die Berichte der Lehrer, dass hier in vielen Klassen alles drunter und drüber geht. Mir liegt wirklich viel daran, dass diese Schule ein Erfolg wird. Marshall äußert seine Gefühle und Bedürfnisse, ohne bohrende Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt, die Probleme hier zu verstehen und sie in den Griff zu kriegen. Die Lehrer hier an der Schule, alles Deppen, Mann. Willst du sagen, Will, dass du empört bist über die Lehrer und gerne möchtest, dass sie einiges von dem, was sie tun, verändern? Nein, Mann, das sind alles Deppen, weil sie einfach nur rumstehen und gar nichts machen. Meinst du damit, dass du empört bist, weil du gerne hättest, dass sie sich mehr engagieren, wenn es Probleme gibt? Marshalls zweiter Versuch, den Gefühlen und Bedürfnissen des Schülers auf die Spur zu kommen. Ja, das stimmt, Mann. Egal, was irgendwer macht, sie stehen einfach nur da und grinsen, wie die Deppen. Kannst du mir bitte ein Beispiel dafür geben, wie die Lehrer nichts tun? Na klar. Gerade heute Morgen spaziert so ein Typ rein mit einer Flasche Schnaps in seiner Hosentasche. Sonnenklar. Alle sehen es, die Lehrerin. Sie sieht es, aber sie guckt in die andere Richtung. Das hört sich für mich so an, dass du keinen Respekt vor den Lehrern hast, wenn sie herumstehen und nichts tun. Du möchtest gerne, dass sie etwas tun. Das ist ein weiterer Versuch, das Ganze zu verstehen. Ja. Mich enttäuscht das, weil ich gerne möchte, dass es den Lehrern gelingt, sich mit den Schülern auseinanderzusetzen. Aber das klingt so, als wäre es mir nicht gelungen, ihnen das so zu zeigen, wie ich es ihnen eigentlich zeigen wollte. Die Diskussion wendet sich jetzt einem besonders dringenden Problem zu, das immer dann auftritt, wenn Schüler, die im Unterricht nicht mitarbeiten wollen, diejenigen stören, die mitarbeiten wollen. Ich möchte unbedingt versuchen, dieses Problem zu lösen, weil die Lehrer mir gesagt haben, dass sie das am meisten stört. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu dem Thema Ideen habt und sie mitteilt. Der Lehrer muss sich den Schülerstock zulegen. Ein mit Leder bezogenes Stock, den manche Schulleiter in St. Louis benutzen, um Schüler damit zu schlagen. Du sagst also, Joe, die Lehrer sollen die Schüler schlagen, wenn sie andere stören. Nur so kann man die Schüler davon abhalten, Unsinn zu machen. Du bezweifelst also, dass irgendetwas anderes auch wirken würde? Marshall versucht immer noch, mit Joes Gefühlen in Kontakt zu kommen. Mhm. Es entmutigt mich, wenn das die einzige Möglichkeit sein soll. Ich hasse es, Dinge so zu regeln und ich möchte gerne Alternativen herausfinden. Warum? Verschiedene Gründe. Wenn ich euch zum Beispiel mit dem Rohrstock davon abbringe, in der Schule Blödsinn zu machen, dann sagt mir doch mal, was passiert, wenn drei oder vier von denen, die ich geschlagen habe, draußen bei meinem Auto stehen, wenn ich nach Hause will. Dann hast du besser einen Stock dabei, Mann. Mit dem sicheren Gefühl, dass er Eds Äußerung verstanden habe und dass Ed das weiß, macht Marshall weiter, ohne zu paraphrasieren. Genau das meine ich. Ich möchte gerne, dass ihr versteht, dass mir diese Art Dinge zu regeln nicht gefällt. Ich bin zu zerstreut, um immer daran zu denken, einen großen Stock bei mir zu haben. Und auch wenn ich daran denken würde, hasse ich es, jemanden damit zu schlagen. Man könnte die Schlimmsten rauswerfen. Schlägst du vor, Ed, dass wir Schüler zeitweilig von der Schule ausschließen oder sie ganz verweisen sollen? Ja. Auch diese Idee entmutigt mich. Ich möchte gerne zeigen, dass es andere Möglichkeiten gibt, Meinungsverschiedenheiten in der Schule beizulegen, als jemanden rauszuwerfen. Ich würde mich wie ein Versager fühlen, wenn das alles wäre, was wir auf die Beine gestellt haben. Wenn so ein Typ halt nichts tun will, wieso kann man ihn dann nicht in einen Nichtstun-Raum stecken? Meinst du damit, Will, dass du gerne einen Raum hättest, wo man Leute hinschicken kann, damit sie die anderen Schüler nicht stören? Ja, genau. Hat doch keinen Sinn, dass sie in der Klasse sind, wenn sie nichts tun wollen. Die Idee interessiert mich sehr. Ich würde gerne hören, wie du dir das vorstellst. Manchmal kommst du in die Schule und fühlst dich einfach grauenhaft. Du willst überhaupt nichts tun. Dann haben wir eben einen Raum, wo die Schüler hingehen können, bis sie wieder Lust haben, etwas zu tun. Ich verstehe, was du sagst. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Lehrer sich Sorgen machen werden, ob die Schüler dann freiwillig in den Nichtstun-Raum gehen. Das werden sie. Ich sagte, dass ich mir vorstellen könnte, dass der Plan funktioniert, wenn wir klar machen können, dass es nicht um Bestrafung geht, sondern darum, denjenigen einen Platz anzubieten, die im Moment nicht lernen können und gleichzeitig denen eine Chance zu geben, die lernen wollen. Ich gab auch zu bedenken, dass ein Nichtstun-Raum leichter ein Erfolg werden könnte, wenn bekannt würde, dass die Idee aus einem Brainstorming unter Schülern entstanden war und nicht von den Lehrern angeordnet wurde. Es wurde ein Nichtstun-Raum für die Schüler eingerichtet, die durcheinander waren und keine Lust hatten zu lernen oder deren Verhalten die anderen vom Lernen abhielt. Manchmal fragten die Schüler, ob sie hingehen konnten. Manchmal baten die Lehrer, einen Schüler hinzugehen. Wir setzten die Lehrerin, die schon am besten mit der GfK vertraut war, in den Raum und sie hatte sehr produktive Gespräche mit einigen der Schüler, die hereinkamen. Diese Einrichtung war ein großer Erfolg auf dem Weg, wieder mehr Ordnung in die Schule zu bringen. Denn die Schüler, die es sich ausgedacht hatten, machten ihren Mitschülern den Zweck klar. Die Rechte der Schüler zu schützen, die lernen wollten. Mithilfe der Gespräche mit den Schülern demonstrierten wir den Lehrern, dass es noch andere Möglichkeiten gab, Konflikte zu lösen, als sich aus der Situation zurückzuziehen oder zu strafen. Zusammenfassung In Situationen, wo es keine Möglichkeit für ein Gespräch gibt, zum Beispiel bei drohender Gefahr, müssen wir vielleicht auf die beschützende Anwendung von Macht zurückgreifen. Das Ziel der beschützenden Machtanwendung ist die Verhinderung von Verletzung oder Ungerechtigkeit, niemals jedoch zu bestrafen, jemanden leiden oder bereuen zu lassen oder ihn oder sie zu verändern. Die bestrafende Machtausübung erzeugt tendenziell Feindseligkeit und verstärkt die Abwehr gerade gegen das erwünschte Verhalten. Bestrafung beschädigt Wohlwollen und Selbstvertrauen und lenkt unsere Aufmerksamkeit weg von der Bedeutung einer Handlung hin zu den äußeren Konsequenzen. Vorwürfe und Strafen tragen nicht zu den Beweggründen bei, die wir gerne bei anderen hervorrufen möchten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020